Hey, hier sind Grüne. Ich bin jetzt da. Es funktioniert ja wirklich, ist ja geil. Was denn? Du darfst dich bei Orgnolf bedanken, die hat mir den Tipp dafür gegeben. Was denn? Ich kann es dir noch einmal vorführen. Was hast denn? Übrigens, Olf und die Leute wollen gerne wissen, wie es deiner Katze geht. Moment, was ist denn der gerade? Ich weiß es gar nicht. Das ist das Zombie-Zap-Tab. Damit kann ich mit rechts klicken. Wenn ich Leute schlage, greifen die diese Leute an. Ich schlage dich auch gleich. Was gibt es hier? Du hast ja eine gute Ausrüstung, Mr. Protoss. Ja. Du könntest mir aber was davon abgeben, von der Goldrüstung, die du gefunden hast. Dann ist es ja nicht ganz so alleine. Achso, warte. Warte, komm. Ich habe auch ganz viel Goldrüstungsteile. Das habe ich gefunden. Oh ja, toll. Hier. Was ist denn das? Ja, da guckt man nicht ganz so tief. Guckt man ja gerade. So, aber den Rest musst du von Old Bull dir holen. Ah, ich bin verlangsamt. Ja, ich bin festgepackt. Ich zitter gerade. Ich habe einen epileptischen Anfall. Schämlich. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich lang? Ich bin in irgendwelche Türme rein. Boah. Ich geh wieder nach unten. Ich bin ganz unten. Ganz viele Bücher greifen mich gerade an. Ich geh mal wieder weg. Ich geh auch runter. Ganz viele greifen dich Bücher an. Ja. Ja. Bist du bei Harry Potter? Mal ganz nach unten im Turm. Ja. Ja. Da hast du ja viel Spaß. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu schnell nach unten komme. Mhm. Ja, das sind irgendwie hin und wieder ein paar Löcher. Hier ist vor allem so eine Kaxusfalle, die ich aufsetze. Ich habe Pixel-Suppe. Naja, du hast Pixel-Suppe. Ich habe Pixel-Suppe. Warum das denn? Genau. Ist das ein Spawner? Ja. Jetzt werde ich einfach mal hier. Kann man die ausschalten? Oh ja. Hier sind viele Bücher. Ganz unten wo der Baum ist. Au. Aufsichtig. In der Mitte ganz runter oder was? Wow. Ja. Äh. Einfach, ganz gut. Okay. Ich, äh. Oh, oh. Das Buch hat seine Seite verloren. Au. Warte mal. Die kommen, glaub ich, hier raus. Was schön ist. Ja, äh. Was sind das für Bücher? Ich habe da einfach nochmal Bäume reingetan. Bäume reingetan. Beutel reingetan. Oh, ich habe noch ein Dingsbums gefunden. Ich habe... Glistering Melon. Ah, ich habe Schuhe für Jürgen. Oh, ich komme. Oh, ich komme. Oh, wo immer du bist. Ich habe gerade Angst gehabt, dass Jürgen, äh, mich gleich mitnimmt. Da, was ist denn was? Ich bin da. Ähm, und zwar hier. Okay. Büchchen für dich. Ah, merkleide, ich habe meine Chunklauer ausgemacht. War hier oben schon mal jemand drin in der Bücherei? Nein, ich war eigentlich nicht mehr. Nö. Ne, in der Bücherei war noch keiner. Du kannst gerne ein paar Bücher abbauen. Ich habe einen Käfer mal kurz gesetzt. Ähm, wie ohne Axt. Hey, hast du mal einen Käfer gerade klaut? Nö. Wie lange ich es ungefähr dauere, bis ich eine Folge hochgeladen habe, mache Aufnahme. Also ich muss die danach rendern und dann hochladen, wofür ich meist ungefähr einen Tag einplane. Jedoch nehme ich auch immer in Stücken auf. Das heißt, je nach Folge kann das von einem Tag, weil ich es ja am nächsten Tag ablaude. Ähm, beziehungsweise halt am Tag verarbeite. Über Nacht hochladen und am nächsten Tag dann veröffentliche. Bis zu einer Woche werden, oder auch mal anderthalb, je nachdem wieviel ich im Voraus aufnehme. Ja, dass man das Zepter wieder aufladen kann, weiß ich. Aber ich glaube, die anderen Fluchen, dann müssen wir hier die ganze Zeit Zombies auf den Hals schicken. Willst du recht haben. Oh, da oben ist eine Truhe. Ist irgendwas Interessantes drin? Naja. Charm of Keeping. Was kann der denn? Ey! Kann mir doch sicher im Chat jemand sagen, was der Charm of Keeping kann. Aua! Aua, aua, aua! Eine Ratte! Ich hab nix gemacht! Ich habe nix gemacht! Ich habe nix gemacht! Hier sind überall Wandraten irgendwie, ich hör die. Ich hör mittlerweile sehr viele Wandraten. Ich bin nochmal weg. Oh! Ja! Ich hör die auch! Ja! Hier war auch unsere eine. Hier. Irgendwie würde ich hier... Das muss ich hier grad mal loswerden. Ja, ich hab jetzt... Obwohl die Leute fragen, ob du jetzt im Sebi-Kraft-Team bist. Aua! Weiß ich nicht. Passiv-aggressiv. Ich würde ich sagen, von daher. Er ist passiv-aggressiv bei uns. Er ist immer da, wenn wir live-stream. Ich weiß auch nicht wieso. Der rennt dann hier jedes Mal hin. Äh, jetzt hab ich, äh... Ja, jetzt hab ich, äh... Voll der, voll der Licher. Ey, gehst du weg? Du Blödsinn! 6 oder 7 Gold-Hoes. Wofür brauch ich die? Ey, ich hab hier auch zwei. Ich dachte, das heißt... Ich hab die grad hier einfach auf den Boden geworfen. Achso. Weil die mich genervt haben, aber egal. Bist du draußen oder drinnen? Kohl-Ohr. Ja, das hab ich ja alles da rein gefeuert. Komm, lass... Warum lässt du die Kohle liegen, wenn die die ganze Zeit über Fackeln gemeckert wird? Hier ist noch ein Tor. Weil ich, weil ich heiße Touch drauf hab. Kein... Dann sag doch nicht drauf und so. Da konnte ich da keine Fackeln draus machen aus Kohl-Ohr. Hättest ja auch einfach mal was sagen können, David. Okay, also ganz ehrlich. Das hier ist ein sehr sinnvoller Tor. Echt? Hm? Wo? Wo ich hier grad rum bin. Wenn wir jetzt wüssten, wo hier ist... Wo wüsst'n du? Au! Hat jemand Protoss und einem Gnom verwechselt? Boah, wie kann einem das nur passieren? Oh, der ist gut. Wieso hüpft der auf der Latenne? Warte mal, kann man da... Ja, da geht's auch weiter auf der anderen Seite. Oh, seid ihr schon wieder langgegangen? Da lang. Hier unten ist Clay drin. Bui! Das könnte von den PEMS-Mods kommen, oder... So... Boah, hier geht's überall weiter. Verdammt. Ja. Aber wo seid ihr alle? Da oben ist noch jemand. Was ist Orna? Hallo. Mir gehen die Fackeln aus. Ich muss da mal ein paar neue machen. Ich hab dir doch... Ja, genau. Genau die werde ich jetzt auch zu Fackeln machen. Glaub's ja. Bringt die euch schon wieder gegenseitig um? Ich will auf Monster schlagen. Was passiert ist? Debi stellt sich vor mich. Wie immer. Ja. Kennst du doch nicht alles, oder? Nö. Aber das ist halt... Ja. Und Apus neue Mods werden danach ab... Er kann mich davon genommen, wo wir gerade... Ey, jetzt! Ich hab dich überhaupt noch abgebaut. Du wolltest mich abbauen. Ja. Hallo? Ich seh vielleicht aus wie ne Ratte, aber das heißt nicht, dass man mich abbauen kann. Ich hab mal den Spawner gekäfert. Ja. Was hast du? Der hat den Spawner gekäfert. Der hat den Spawner gekäfert. Achso. Wo habt ihr überhaupt schon den Spawner gefunden? Hier. 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 Ach, da seid ihr lang. Was ist das denn? Also das ist Spawner gekäfert. Jetzt schwebt da ein Käfer in der Luft. Und du hättest ihn doch hängen lassen können. Ich will meinen Käfer wieder haben. Ich hab meinen Käfer geklaut. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Aber du hast keinen Platz mehr, deshalb hast du ihn nicht. Äh... Und weil jemand fragt... Nein, ich find den Millionär Mod eigentlich gesagt nicht so cool ist. Was ist denn das? Torchberries? Brauch ich nicht. Ich will meinen Käfer wieder haben. Ach, ich bin wieder draußen. Juuu. Blöder Wald. Hast du dich einfach rausgegraben? Hä? Nee. Ich bin rausgelaufen. Okay. Ich komm auch. Wenn es jetzt kann ich mich doch so ein bisschen... Wo bist du denn schon wieder raus? Das Lustige ist, ich bin... Ach, das ist der Fallscherausgang. Ich bin gerade dieselbe Strecke geküpfst wie Sebi. Der Fallscherausgang. Ich bin fast gestorben. Ja, ich hab auch Falling-Dings drauf hier. Ah, hier. Der war eigentlich vor, immer noch auf das Dach dieses Waldes zu kommen. Dann müssen wir aber oben rum gehen. Dann landen wir nicht auf dem Dach. Hallo Andys. Juhu. Juhu. Au. Ja, dann gehen wir mal hoch. Moment. Jürgen, bleib du da bitte. Was denn? Oh! Ich will mich hinter dich verstecken. Was seh ich denn hier? Kommt mal zu mir. Wenn ich weiß, wirst du wo zu mir ist. Genau. Ja, dann schießt einer auf dich. Du bist rausgegangen. Also du sagst, wir sollen aufs Dach kommen. Kommt mal einfach oben hoch. Ach, ganz nach oben. Okay. In der Mitte oder was? Im Übrigen... Oh, ist der Gnomen süß hier. Der komische Goblin. Warum tut die dem was? Der hat mich gerade angegriffen. Ich glaub, das ist sogar der Turm, wo wir drin gewesen sind. Der sieht nur von hier oben richtig klasse aus. Wo oben bist du denn? Warte mal. Ich mach mal hier... Ich seh da mich grad jemand rumflitzen. Auf der Leiter. Hier, komm mal her. Im Turm. Im Turm. Ich wär jetzt im Mittelturm. Irgendjemand ist da grad im Turm. Aber wie lang trauen die Blätter, bis die abfallen, bitte? Ein halbes Jahr? Ewig. Ewig. Also ich... Rotos ist grad in mir. Weißt du was? Ich mach mir das einfacher. Ich bin über dir. Ja. Spellmon, komm grad zu mir. Hier. Komm mal mit raus. Guck dir das Ding... Den Turm mal von außen an. Oh, der ist... Boah. Das ist echt episch. Sieht das geil aus, oder? Ja. Ah. Oh ja. Das ist das, wo wir gerade drin waren. Sehr nett. Boah. Auf welcher Ebene seid ihr gerade? Euren Namen bekommt da jemanden? Äh... Der German Gulasch ist da. Sieht klasse aus, das Ding, ne? Nö, wir wollten eigentlich nur ein paar Dinge zum Farmen plotthauen, weil wir halt so selten... Also, weil mir immer wieder gesagt wird, äh, du musst mal wieder in Trillite Forest gehen, du machst da zu wenig. Und ja, ich cheater ab und zu. Das ist durchaus richtig. Gerade wenn's darum geht, diese Leute zu finden. Hier gibt es sogar Brasser auf den Blättern drauf. Ja. Und oben rechts gibt's wieder ein Gebiet ohne Bäume. Ich weiß leider nicht, wo... Ich mach das doch zu dem Haus. Äh... Ich soll das hier zu dem Haus machen? Ne, ich werd hier nicht viel bauen. Ich find den Trillite Forest als Baugebiet jetzt nicht so geil. Oh, ist das... Oh. Das ist aber ein cooler Baum. Das muss man denen lassen. Ich glaub, da konnte man sogar rein oder so. Da war was. Das ist eigentlich im ersten Stream schon. Es ist weg. Nordosten zu dem... Nordosten. Okay. Nordosten. Ja. Nordosten. Da gibt's nämlich hohle Bäume. Das macht hier komische Geräusche. Ähm... Irgendjemand von euch. Ähm... Nö. Ja doch. Okay. Hm? Also ich hör keine komische Geräusche. Dann können wir... Ich hör schon hohle Räume. So ein... Was? Und wenn ich euch leise drehe, geht's weg. Ja. Vielleicht ist es ein Echo. Also Nordosten. Hohle Baum. Ich seh grad nix. Also ich seh in Richtung Norden dann. Hohle Baum. Guck mal. Ist das das Ingame-Sound oder was? Ja. Ah. Jaja. Das sind die Käfer. Hier. Okay. Ach, das ist ein Riesenbaum. Hier ist so ein Riesenbaum, ja. Erzähl mir eine Zeitprobe genau. So was dachte ich nicht. Ich bin grad in dem Riesenbaum drin. Ihr seid grad großartig. Das ist ein Riesenbaum. Schön für einen Riesenbaum. Gibt's ja hier kaum, ne? Ich bin grad unter die Bäume. Also ich bin jetzt in dem Riesenbaum im Nordosten, der da auf der Karte auffällt. Precapitator funktioniert nicht bei dem Baum. Ah, da kommt glaub ich nochmal so ne Burg oder sowas. Ach, da sind die Käferdinger. Ich seh da unten den Jürgen rumlaufen. Da oben kommt nochmal so ne Art Burg oder sowas. Jaja, die kommen ja ständig, aber ein Labyrinth wäre cool. Ja, das Labyrinth will ich mit dem. Die Hydra. Ich will jetzt den Käfer sehen. Das, ach das ist das. Ich seh euch net. Jaja, das sind die Käfer. Das ist oben auf dem Baum grade. Auf welchen? Ich seh hier drei große. Aber die Booten ist ja episch. Die hier neben. Bitte? Oh ja, die sieht echt geil aus. Die ist richtig richtig. Die fliegende? Ich weiß nicht, ob die fliegende oder was ist. Ist das die fliegende? Oh, oh Gott. Ist ja geil. Aber ich finde die Blätter rechts daneben ein bisschen komisch. Ich glaube, das sollte mal die Treppe zur Burg werden. Ja. Ich hab mal ne blöde Frage. Wo seid ihr grad? Sebi, die Leute wollen, dass ich dich runterschubsen. Minus 228 plus 830. Du sollst mich runterschubsen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die das immer wollen. Ähm, auf welch, äh... Soll ich? Was ist das da komisch? Ah! Ah, ich seh jemanden. Hallo! Da ist grad einer runtergefallen. Der hat uns Kredit und so ein Gebilde. Sehst du mich? Ja genau, da wollen wir auch hin. Ey, wo bist du? Hier hinten. Uh! Wo hinten? Richtung Südost. Aha. Ey, ich seh da nur ein lila Schaf. Ne, das ist ne... Das ist ne Ziege, was? Auf dem Baum. Ja! Das ist ne lila Ziege. Ach, oben auf dem Baum. Ja, dann komm doch runter. Also, ich will jetzt hier dieses Ding hier rein. Ich auch. Nachdem ich einmal gucken wollte, wie die Treppe dahin aussieht. Scheiße, Aua! Kann man da vielleicht von unten? Dauert jetzt Länge. Ich hab mir grad den Nöchel und den Fuß gebrochen. Gleichzeitig. Glückwunsch! Bestimmt angenehm. Sieht nicht aus, als wäre hier unten eine Tür drin. Das ist ja meistens nicht. Aber das Material ist geil, diese Steine an der Seite. Ja. Find ich auch. Und ich hab ja grad hier jetzt das andere des John Smiths drin. Das sieht echt gut aus. Hat das da für eine extra Textur? Ja. Anscheinend schon. Geil. Ja, die brauchen die Armee auch Blöcke Twilight. In case. Ja, das heißt doch nicht, dass da welche Grenzen immer für, also nicht gemoddet sind. Boah, die sind... Ich glaube, du solltest vielleicht eine Axt nehmen. Ich nehme die Axt. Aber es braucht auch mit der Axt ziemlich lange. Aber ich nehme mir davon einfach mal ein paar mit, dann kann man die irgendwann mal zum Bauen nehmen. Ach du Schande. Ich hab keine Axt mehr und ich bin keine mehr. Ich find Player Traps einfach nicht lustig. Ich habe nur eine Spitzhacke und ich komme in das Ding nicht rein. Lässt sich nicht kaputt machen. Versuche hier auch grad die ganze Zeit abzubauen. Wo seid ihr? Da oben ist ein Gast. Ich bin unterhalb. Ich bin... Ja, ich seh auch einen. Aber der ist... Der ist süß. Der schießt Gas auf mich. Ja, das seh ich auch. Ich würd sagen, wir müssen... Die Hangar Games kommen später, Tschüßu. Der Nächste, der nach Hangar Camps fragt, wird hier auf jeden Fall wieder aufbauen. Wir müssen... Ja, der ist das, ey. Das ist doof. Wir müssen runter und von unten in den Eingang, denke ich mal. Und tschüss. Ich bin jetzt schon drin. Ich bin erwischt. Also ich bin jetzt unterhalb des Waldes und ich sehe keinen Eingang. Wie bist du denn reingekommen? Ich bin nicht drin. Ich hab mich durch die Wand gebaut. Im Gegensatz zu euch hab ich eine Axt dabei mitgenommen und die nicht zu Hause gelassen. Ich hab ne Axt dabei, aber die Axt braucht hier ein halbes Jahr. Ich bin mit der Chainser angenehm durchgekommen, nur dass die Creeper sind. Ja, mit der Meinung nach geht's doch. Irgendwas da rumgemacht hier. Ich bin derjenige, der den halben Wald aufbauen hat. Ach, der Doc macht rum. Ich mach euch mal ein Loch unten rein. Ich hab einen Eingang. Ich hab einen Eingang. Ich hab einen, ich hab einen. Gleich bin ich drin. Jetzt. Ich auch. Doc hat mir angemacht. Creeper, Creeper Begrüßung. Habt ihr nen Hack drin? Nö, wir haben keinen Hack drin. Äh, was ist das? Danke. Und, und, und. Hey, hier sind wir. Aua. Aua, der haut mich. Helf mir. Helf mir. Der hat mich fest. Ja, der hat mich festgehalten. Der komische Käfer. Ja. Okay, wir müssen die Gas. Tschüss. Wir müssen nur erstmal hoch. Wir müssen aber ein bisschen zusammen bleiben. Ja, wäre gut. Das sah aber echt geil aus. Also ich bin bei minus 250. Plus 770. Jack, teleportier dich doch einfach zu uns. Ach, die Käfer, genau. Und plus 90. Jack, teleportier dich doch einfach zu uns, wenn du hier mit reinkommst. Wieso? Ich bin doch mittendrin. Ja.